Heute muss ich leider wieder etwas böse werden. Ich erzähle nämlich, wie es dir und mir viel zu leicht in Deutschland passieren kann, dass man einfach mal 6, 9 oder 12 Monate im Gefängnis landet. Zu Unrecht. Normalerweise denke ich mir als unbescholtener Bürger, relativ unbescholtener Bürger, dass es in Deutschland fast unmöglich ist, zu Unrecht im Gefängnis zu landen. Erstmal muss die Polizei neutral ermitteln, dann muss die Staatsmannschaft neutral ermitteln, dann gibt es die Anklage zum Amtsgericht, wenn ich dort zu Unrecht verurteilt werde, gehe ich in Berufung zum Landgericht, wenn ich dort zu Unrecht verurteilt werde, habe ich immer noch die kleine Chance der Revision zum Oberlandesgericht. Und da müssen schon sehr, sehr viele Fehler passieren, dass jemand in Deutschland zu Unrecht in Haft landet. Richtig. Aber es gibt noch die Untersuchungshaft und die ruiniert dich. In Deutschland gilt die sogenannte Unschuldsvermutung. Kennen die meisten, ich bin so lange unschuldig, bis meine Schuld rechtskräftig bewiesen wurde. Das heißt, bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt, mit dem die Gefängnisstrafe angeordnet wird. Bedeutet, es muss ein Urteil geben, das nicht mit noch einem weiteren Rechtsmittel angegriffen werden kann. In der Zwischenzeit gibt es aber oft die Untersuchungshaft. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass in Ausnahmefällen auch jemand, der noch nicht rechtskräftig verurteilt wurde, jemand, der noch unschuldig ins Gefängnis kommt, das ist die absolute Ausnahme. Es ist nämlich nur in primär vier Gründen zulässig, dass jemand in Untersuchungshaft geht, dass es ein Haftbefehl gibt. Der eine ist die Wiederholungsgefahr, heißt quasi, das Gericht geht davon aus, dass jemand weiter schwere Straftaten begehen wird und dann muss die Öffentlichkeit geschützt werden, dann wird die Person, geht in Untersuchungshaft bis zur Verurteilung. Zweiter Grund, Haftgrund ist die Flucht, das heißt, wenn jemand auf der Flucht ergriffen wird, dann gibt es einen Haftbefehl oder jemand ist direkt auf der Flucht, dann kann das Gericht einen Haftbefehl erlassen und dann bleibt die Person eben drin, mindestens bis zur Hauptverhandlung. Dritter Haftgrund ist die Verdunklungsgefahr. Verdunklungsgefahr heißt, dass es begründete Tatsachen und einen begründeten Verdacht dafür gibt, dass die Person negativ auf das Verfahren Einfluss nehmen. Bedeutet, Beweismittel vernichten, Zeugen zum Schweigen bringen, das sind so die klassischen Beispiele der Verdunklungsgefahr. Wenn jemand irgendwie dann in die Beweisaufnahme eingreift, in rechtswidriger Weise, dann ist es Verdunklungsgefahr und dann gibt es auch einen Haftbefehl, um das zu verhindern, um das Verfahren zu sichern. Und dann gibt es den leider häufigsten und rechtswidrigen Grund, die Fluchtgefahr. Die Fluchtgefahr wird in Deutschland so praktiziert, dass es eine Schande ist für einen Rechtsstaat. Fluchtgefahr. Wenn sich jetzt jeder das vorstellt, wann wird es einen Haftbefehl geben wegen Fluchtgefahr? Fluchtgefahr heißt, aus allen Umständen des Einzelfalls ergibt sich, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Person flüchten wird, als dass die Person da bleiben wird und sich dem Verfahren stellen wird. Bedeutet, es muss konkrete Tatsachen geben, die dafür sprechen, dass diese Person flüchten wird und nicht da bleibt. So wäre es gesetzlich vorgesehen. Fluchtgefahr heißt nicht hohe Strafe. Abgesehen von den Kapitaldelikten sind die vier Haftgründe abschließend und eine hohe Strafe ist nicht dabei. Es gibt keinen fünften Haftgrund, wo drinsteht, ja ab fünf Jahren gibt es Haftbefehl oder ab drei Jahren gibt es Haftbefehl. Sondern es muss immer einer der für Haftgründe gegeben sein. Und bei der Fluchtgefahr ist es ein Skandal, wie es in Deutschland praktiziert wird. In vielen oder in viel zu vielen Haftbefehlen finden wir einfach nur zwei, drei Zeilen zum Haftgrund der Fluchtgefahr. Und da steht dann drin, aufgrund der Schwere der Tat hat der Beschuldigte hier mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann, heißt über zwei Jahre, und aufgrund dessen ist ein erhöhter Fluchtanreiz gegeben, was Fluchtgefahr begründet. Das ist auch eine andere Formulierung, die man oft liest, aufgrund der hohen Straferwartung ist von einem erhöhten Fluchteinreiz auszugehen. Und deswegen besteht Fluchtgefahr. Keine weiteren Erläuterungen. Jetzt denkt jeder von uns mal darüber nach. Freiheitsstrafe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. In aller Regel sprechen wir da über Strafen, die zu erwarten sind von, wenn überhaupt, zweieinhalb, drei, dreieinhalb, vier Jahren. Die breite Masse der Haftbefehle bewegt sich in dem Bereich. Irgendwas zwischen zwei und fünf Jahren, die möglicherweise zu erwarten wären, im Falle einer Verurteilung. Und dann stellt sich ein Gericht hin und die Staatsanwaltschaft und sagt, ja, du hast drei Jahre zu erwarten, da gehen wir davon aus, dass du flüchten wirst. Abgesehen davon, dass es wissenschaftlich widerlegt ist. Wer flüchtet denn wegen drei Jahren? Jetzt denkt jeder mal für sich selber nach. Wenn du zu drei Jahren verurteilt wirst, als Ersttäter, dann sitzt du davon realistischerweise zwei ab. Und nach zwei Jahren kommst du auf Bewährung raus. Würdest du jetzt alles hinter dir lassen? Familie, Wohnung, Karriere, dein komplettes Leben hinter dir lassen und flüchtest nach Südafrika, Südamerika oder was auch immer. Würdest du flüchten wegen zwei Jahren, die du weg bist? Oder würdest du einfach die zwei Jahre absitzen und dann raus? Wer flüchtet denn? Wer flüchtet denn wegen so einer kurzen Strafe? Auch wegen drei, vier, fünf Jahren? Ich sage mal, die allermeisten von uns, und das ist auch statistisch erwiesen, die allermeisten von uns werden auch bei fünf oder sechs Jahren nicht flüchten. Insbesondere, wenn man einigermaßen gefestigt im Leben ist. Und meistens geht es ja leider um solche Personen auch. Da ist der Knackpunkt. Wir haben dann solche Personen, die haben Familie, Kinder, Beruf, vielleicht ein Unternehmen, ein Haus, das sie abzahlen. Und dann gehst du wegen zwei dahingerotzter Sätze, aufgrund der hohen Strafe, Erwartung von einem erhöhten Fluchtanreiz auszugehen, gehst du sechs, neun oder zwölf Monate in Haft, deine Kinder draußen, deine Frau draußen, dein Haus, das du abbezahlen müsstest, dein Beruf weg. Das heißt, du wirst entsozialisiert. Dir wird sämtliche Lebensgrundlage genommen. Wenn du rauskommst, hast du, sogar wenn du freigesprochen wirst nach neun oder zwölf Monaten, hast du, wenn du einigermaßen Glück hast, vielleicht noch deine Familie. Aber Haus, Wohnung, Karriere, Unternehmen ist weg. Und das darf in einem Rechtsstaat nicht sein. Es wäre von mir aus anders, wenn der Gesetzgeber ins Gesetz schreiben würde, ja, ab vier Jahren Freiheitsstrafe gibt es bei uns Untersuchungshaft. Fluchtgefahr, Punkt. Das würde ich auch kritisieren, aber dann gäbe es wenigstens eine rechtliche Grundlage. Aber dass in Deutschland die höchstrichterliche Rechtsprechung, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht sagen, es muss tatsächlich sich aus konkreten Anhaltspunkten ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass jemand flüchtet, als dass er da bleibt. Und dann Ermittlungsrichter am Amtsgericht und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte rotzen dann zwei Sätze hin, aufgrund der hohen Strafverwartung von einem erhöhten Fluchteinreiz auszugehen, deswegen Fluchtgefahr, Punkt. Das ist in einem Rechtsstaat unwürdig. Und jede Person, die so ein Haftbefehl unterschreibt, gehört meiner Ansicht nach dringender hinter Gittern als 90% der Personen, die solche Haftbefehle kassieren und dadurch entsozialisiert werden, ohne vorherige Chance auf eine Verhandlung und auf eine rechtskräftige Entscheidung. Und dann noch ein kleiner Nachtrag, der richtig böse ist. Wir haben diese Haftbefehle mit Fluchtgefahr viel zu oft bei Fällen, da gibt es bei jemandem im Oktober eine Hausdurchsuchung, da werden dann nämlich Sachen sicherstellt, Steuerunterlagen mit Häubungsmitteln, keine Ahnung, eine Schreckschusswaffe, eine Sturmhabe, keine Ahnung. Da gibt es eine Hausdurchsuchung, ja, okay, passt. Die Person geht am nächsten Tag wieder in die Arbeit, Oktober, November, Dezember, Januar und im Januar steht dann die Polizei mit Haftbefehl vor der Tür und sagen, ja, jetzt geht's los, Haftbefehl, du gehst in untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Und da wirst du dir jetzt als Zuschauer wahrscheinlich auch denken, hä, warum denn? Und genau so sitzen wir auch da. Hä, warum denn? Begründung ist dann meistens, ja, also wir haben auf dem Handy auch noch belastendes Material gefunden. Oder wir haben jetzt zwei weitere Zeugenaussagen, die ihren Mandanten noch mehr belasten. Ja, aber das war ja vorhersehbar. Das war ja klar. Und die Person, es gab ja im Oktober eine Durchsuchung und dann kommt ihr im Januar mit Haftbefehl in Fluchtgefahr. Also wenn die Person vorgehabt hätte zu flüchten, dann hätte sie es ja wahrscheinlich von Oktober bis Januar gemacht und nicht darauf gewartet, dass irgendwann die Polizei mit Haftbefehl dasteht. Weil dass das Handy irgendwann ausgelesen wird oder dass die Zeugen auch mal Aussage machen, das war ja wohl irgendwo abzusehen. Und aus sowas werden dann Haftbefehle begründet. Und das haben wir häufig, dass irgendwie am 2. des Monats gibt es Durchsuchung und am 21. des Monats gibt es dann Haftbefehl. Aber wer in der Zeit nicht flüchtet, der, da besteht doch keine Fluchtgefahr. Oder erklärt es mir jemand? Kann es mir jemand erklären? Bis dann kann es mir noch keiner erklären. Meine Lieblingsfälle sind die, und die sind so häufig, dass du kotzen möchtest. Es gibt eine Hausdurchsuchung, das ist hauptsächlich bei Betäubungsmitteln. Es gibt eine Hausdurchsuchung. Die Polizei steht beim Beschuldigten in der Wohnung und durchsucht. Und da liegen irgendwie Kilo rum. Und dann ruft die Polizei an, beim Beschuldigten, ja wo sind sie denn? Sie sind nicht zu Hause. Sie müssen jetzt sofort nach Hause kommen. Durchsuchung. Und die Person ist wo? In der Arbeit. Und der Beschuldigte ist in der Arbeit. Die Polizei ist bei ihm zu Hause und durchsucht. Dann haben wir es sehr häufig, dass die Person aus der Arbeit steigt ins Auto, fährt nach Hause, geht rein, hallo, ich bin jetzt da, ihr habt mir den Rest des Tages freigenommen. Was ist denn los? Darf ich Durchsuchungsbeschluss sehen? Was ist denn los? Die Polizei hat die Kilos gefunden. Klar, die liegen frei im Schrank rum. Und dann gibt es einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Weil, ja bei 5 Kilo, da ist eine erhöhte, erhöhte Straferwartung, eine hohe Straferwartung. Eine Freiheitsstrafe, die nicht mehr zu mir rausgesetzt werden kann, da ist ein hoher Fluchtanreiz. Ja, und dann wirst du dir als Beschuldigter auch denken, ja ich bin doch da. Ich bin jetzt extra von der Arbeit hergefahren, zu euch. Und werde festgenommen wegen Fluchtgefahr. Noch ein Beispiel. Es gibt eine Vorladung von der Polizei. Es sind die aller schlimmsten Fälle. Die Polizei ruft an beim Beschuldigten und sagt, ja wir haben in den Vorgest eine Vorladung geschickt, wo bleiben sie denn? Es ist Termin jetzt. Die kommen jetzt sofort vorbei. Beschuldigt er natürlich in Panik, okay ja krass, ich muss jetzt zur Polizei, fährt zur Polizei und wird dort festgenommen. Wegen Fluchtgefahr. Und die Fälle hatten wir auch schon häufig. Und dann denkst du dir auch, ja aber, also wenn ich Fluchtgefahr, wenn Fluchtgefahr gegeben wäre, dann wäre ich doch nicht zur Polizei gefahren, sondern zum Flughafen. und diese Perversität, diese Argumentation, wie kann man juristisch das mit sich vereinbaren und moralisch? ich kann und werde es leider aktuell nicht verstehen. werden wir auch noch